Hi, mein Name ist Jenny Bager. Ich bin Vorstandesmitglied vom Aquas Solutions Global. Das Problem der Wasserverschmutzung hat unser Überleben bedroht. Und es ist entscheidend geworden, eine Lösung für das Problem der Wasserverschmutzung zu finden. Aquas Solutions Global, natürliche DMA-Lösung, ist eine Nullverschmutzung Wasseraufbereitungstechnologie. Diese Lösung erfunden von Dr. Timothy Bager und Dr. Paul Smith. Es wird durch das Goldsiegel der Wasserqualität verbannt und dem NSF-61 Trinkwasserstandard nachgewiesen. Diese Lösung, behandeltes Wasser, ist das Einstieg, das kein Disinfektionsnebenprodukt und Mikrobie-Korrosium-Problem aufweist. Und es hat auch kein Wasserhälterproblem, weil diese Lösung die Wasserprobleme löst. Dies ist die beste Qualität Wasser, von der Versorgung bis zum Wasserhahn. Es hält uns fein von wasserbedingten Krankheit. Es ist die billigste Gesundheitsversorgung für alle. Dadurch wird der Verbrauch von Plastikwasserflaschen reduziert. Es ist auch die beste Wasserqualität und die günstigsten Kostenwasser für die Landwirtschaft wachsen gesunde Ente. Diese Lösung ist die einzige, die größt schwer Metall aus Saft und Wein entfinden kann, ohne Ernährung, Farbe und Geschmack zu verändern. Diese Lösung kann auch Atommüll behandeln. Dies ist auch die Einstiegwasseraufbereitungstechnologie, die Wasser erzeugt, ohne dass Strom verbraucht werden muss. Wann eine Naturkatastrophe antritt, kann immer noch sauberes Trinkwasser erzeugt werden. Diese Lösung würde die Kontamination für permanent verbunden. Sie hat das Auslegungsverfahren für die Toxizitätseigenschaft bestanden. Sie können das verwendete Material auf dem Müll deponieren oder für Straßen belegen oder für Schleifpapier wiederverwenden oder mischen mit Zement für Beton. Das Fein Material aus dieser Lösung kann Zypfen machen. Es könnte die Superbugs töten. Diese Vorteile, diese Technologie, haben entschieden, das ist die Lösung für Wasser. Vielen Dank für's Zuschauen.